Jetzt kommen wir mal 83, Michael Kanzler aus der Halle, die Ehringlöpner aus Kauhe, Adelaidex. Nächster Tag auf Kauhe 2, dann kommen wir mal 84, Yassin Zahra, Kauhe 2, gegen Ehringl, Kauhe, Kauhe 2. Das ist ein ganzes Wettbewerb, da haben wir Fahragenten. Ja. Sie hat eingefangen, oder? Andreas Kahn war in das Finanzbüro. Jetzt. 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 Jetzt.